Mein Name ist Zira Norbert, ich bin 61 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne. Vom Beruf bin ich Architekt und in Niederbayern und Oberbayern tätig und seit zwei Perioden im Gemeinderat von Pfeffenhausen und ich würde mich freuen, wenn Sie mir und den Freien Wählern am 15. März 2020 ihre Stimme geben würden. Vielen Dank!